Jo Leute und willkommen zurück zu LA Noire. Das letzte Mal sind wir genau hier stehen geblieben. Und hier machen wir jetzt auch weiter Freunde. Ich wünsche euch mit der neuen Folge viel Spaß. Ja. Ich bin Officer Hart. Phelps, Traffic. Was haben Sie? Abandond ein Auto, wahrscheinlich stolen. Das Solid Citizen ist Nate Wilkie. Er hat es in. Was gibt mit dem Korner? Es gibt Blut all over den interior. Someone hat einen Vollbroderick, aber kein Stiff als noch. Wir haben einen Autor für den Auto? Der Auto ist an Adrian Black, just north von Bunker Hill. All right, wir sehen uns. Ich werde Mr. Wilkie sprechen, aber nicht warten zu lange. Er ist der Restless-Type. Wie lange werden Sie mich hier halten, Herr? Doc? Detective Feltz. Was haben wir? A lot of blood für ein Blunt-Force-Injury. Der Begriff muss in einem sehr schlechten Weg sein. Der Begriff muss in einem sehr schlechten Weg sein. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Incidental. Okay, unruhig. Was haben wir denn hier? Riverside Schlachthof. Okay. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Okay, hier ist nix mehr. Wow. Ganz schön viel Blut. Looks to have lost a lot of blood. Ganz schön viel Blut. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Was war denn da? Eine Brille. Stenzel Glasses. Home repaired by the look of it. Stenzel Glasses. Stenzel Glasses. Stenzel Glasses. Happier times, I guess. Thirty-two years old. Married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Okay, have we here more things to do? No. Okay. Nope. Nope. Ganz normale Zigaretten. I need a second of the cardium. Hmm. 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 Ja komm, steck in. 620 Bunker Hill Avenue, you know where that is? Behind Bunker Hill, a couple blocks north of Central Station. So what do we tell the wife? We play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. All units of 459 just occurred at 6th and Ceres. Any unit to handle, code 2, identified. 11K, go ahead, KGPL. 11K, a 459 suspect just left 6th and Ceres. Suspect is a male Caucasian, believed to still be in the area. Code 2. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful, I saw him waving a gun. Give it up now! Take it easy on yourself! Get the hell away from me! Give it up now! Take it easy on yourself! Hurry! You can still catch him! I think you broke my nose! Ah! 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 Hand in the air. Eins von 40 Straßenverbrechen. Okay, alles klar. You got something there, Phelps. Doesn't add up. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. You got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a second amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Murkowski. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Alinus, shots fired, offsuit needs help. Chateau in Valencia, Chateau in Valencia, shots fired, offsuit needs help. Even to have a code 3, I don't know. For the Nazi, Äh, sold out the world. But since you're gonna follow our goal, you're gonna do a good plan with the story, Phelps. We'll go into the story. We are more than 50 years now, friends. We'll go into our future. We're gonna get back to our country. Ich bin nicht so gut an das Shoulder-to-Cryon-Stuff. Just a minute! LAPD, Mrs. Black. Kann wir kommen? Wir haben etwas Schlimmeres, und wir wollen das in private discussieren. Ich bin Margaret Black. Wir können das in der Wohnung diskutieren. Bitte kommen Sie in. Ihr Mann macht einen Blue Lincoln, Mrs. Black? Das stimmt. Der Auto wurde verabschiedet, und ich bin Angst, dass es ein Foul play gibt. Ich wusste, dass etwas falsch ist, wenn er nicht nach Hause kommt. Ich möchte, dass Sie sich ruhig halten, und erinnern Sie alles, was Sie können über das letzte Nacht. Meine Freundin und ich werden uns überlegen. Wenn Sie bereit sind, wir werden noch weitere Fragen für Sie. Ist das okay? Natürlich, Officer. Alles, um zu helfen, meine Freundin zu schützen. Wir schauen uns den Ort an. Komm mal. Schauen Sie mal. Es muss hier etwas sein, um zu gehen. Ihr Arzt von 10... Okay, das geht so schnell vorbei. Was ist unten stehen. Was ist unten stehen? Lass uns auf. Mach dich komfortabel. Nein. Also... Du bist ein Freund von Courtney? Ja, Doktor. Er sieht sehr interessiert über dich. Ich habe diese Visionen. Diese blinde Visionen. Ich kann sie nicht aus meiner Kopf. Ich habe meine Kopf, meine Kopf, es fühlt sich wie in einer Vise. Zeitungen, die dich lachen. Zeitungen, die dich lachen. Zeitungen, die dich lachen. Ich könnte sie nicht mehr. Adrian war ein Patient. R und ich müssten eine Autosung. Telefon, Telefon, Telefon. Ah, da. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, one, two, four, seven. How could I help, Detective? I need an address on a Cavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Cavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. I need an address on a Cavanaugh's bar. 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 Okay, fahren wir mal zu dieser Bar hin. Wir haben einen N.T.L. 49, wir haben einen N.T.L. 49. Jesus, Cole! Oh, ein Boxer ist hier. Cool. Hey, ich kenne dich. Nein, ich kenne dich nicht. Wir suchen jemanden? L.A.P.D. Wir suchen jemanden von Adrian Black. Adrian? Hier ist Frank Morgan. Sie kommen auf der Seite und sprechen. Frank ist da jetzt. Frank Morgan? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Cole Feltz, L.A.P.D. Ich verstehe, du bist ein Freund von Adrian Black. Ja, ich weiß. Sie wissen, dass er ist? Nein, ich habe nicht gehört. Ich habe das. Es ist ein Problem. Wir haben den Black's Auto, abandone in einem Freight Depot, verletzt in Blut. Wissen Sie das, Morgan? Nein, nein. Entschuldigung zu hören. Ich liebe Adrian. Er ist ein guter Boss. Nein, ich sage mir, dass ich das Verletzt bin, Phelps. Ähm... Verschuldigung. Du bist, Morgan. Du warst da. Und du bist mit deinem Scheiß, Detective. Wie solltest du das tun, ich war da? Wie solltest du das? Das ist nicht so gut. Was solltest du auch? Einfaches. Das ist ein Wissen. Der kann ich nicht mehr, was solltest du denn? Wenn du letzte Mal gesehen hast, Adrian? Ich weiß nicht, was solltest du mal? Ich habe eine Wissen. Ich habe eine Wissen zu haben. Das ist schon gut. Ich habe eine Wissen. Okay, ähm, ein Notizbuch untersuchen. Äh, puh, 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 puh. Ähm. Ähm, puh, 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 puh. I hope you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's gotta go back there sometime. He sure left his drink in a hurry. Too close, Phelps. Way too close. I bet he wishes he'd rehearse that story better now. You got a pretty funny idea what keeping a low profile means, Phelps. Okay. Yeah. Man. Man. Okay. Well done. entdeckt kacke verdammte scheiße 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 verdammt und das ganze jetzt nochmal scheiße scheiße die 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 müssen sich drauf fahrten. Alter! Mussten jetzt Autos von rechts kommen? Boah, was für ein Scheiß. Oh, oh. Oh, oh. Careful. Nein, das gibt es nicht. Ich wurde schon wieder entdeckt. So eine Kacke. Ach, Mann, ey, scheiße. Ach, ja. Alle guten Dinge sind, ja, drei Freunde. Dritter Versuch. So eine verdammte Scheiße. Oh, mein Gott. So eine Kacke. So eine Kacke. So eine Kacke. Das gibt es doch nicht, ich wurde schon wieder entdeckt. Aktionssequenz überspringen. Die sagt, sie könnte überspringen und mit der Untersuchung fortfahren, okay, diese hat keine Auswirkungen auf deine Fortschritte im Fall, ja, okay, überspringen. Let's check the place out, come on. Day one of the big time and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was nonstop glamour work in traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on Phelps, save the creepy teacher's pet stuff for Leary, it won't work on me. I'm at a loss. Any idea what apartment he's in? Apartment two. Okay, apartment two. Alright, let's pay our friend a visit to see if he's missed us yet. Apartment eins bis vier, apartment fünf bis sechs. Okay, nach links. Eins. Zwei. Da. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black, LAPD, give yourself up now. I knew it. Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. There's no point running, Adrian. Mr. Black, get back here right now. Stop right there, Adrian. It's over, Adrian. Why did you need to get out of L.A. so fast, Adrian? Why the melodrama? I've met somebody in Seattle. She may want to start a new life together. Looks like she'll have to wait for you. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the D.A. has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're going to the big house, Adrian. And when your wife finds out, you're going to lose her, too. I hope this broad was worth it. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case. And in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique. Good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here. You could go a long way in this department. You put out to Bukowski here, too. Hey friends, we closed the first flight. Cool. You found that. Hinweise haben wir 6 von 14 Fragen richtig beantwortet haben wir leider 0 Fahrzeugschaden Okay, Verletzungen 0 Sachschaden 95 Notizen Frank Morgan hätte bei härterer Befragung mal über Adrian Black ausgesagt Okay Der Wagen des Konsuls Okay Okay, wir werden das kurz Ich bin schon lange für den D.A. First up, Phelps, Bukowski Wir haben ein neues Packard Abandone an ein Loch auf 2nd Street zwischen Olive und Grand D.R. ist, wenn Oswald Jacobs sagt der Fahrzeug wurde in seinem Backyard There's a patrolman on site Get down there and see what you can turn up Any questions? Good, get going Better go earn our pathetic wages Rimsky, O'Halloran Intelligence has information on our stolen car racket An abandoned vehicle You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking You don't say You're on fire today, Einstein Very funny Come on, my intense protagé Let's go save the world Come still Jesus Christ Are you asleep over there or what? You hear about Adrian? The fraud in Seattle threw him out Wife says she's going to take him back Women generally show more compassion What are you talking about? Adrian dumped on her He was humping the secretary Margaret should show some pride Pride comes before a fall, Bukowski Nothing for experience Phelps, traffic I'm Officer Houlihan Cars down the alleyway, detectives We got a call about an abandoned vehicle Yes, sir The car has flags Might be some kind of diplomatic vehicle Has anyone touched this vehicle since you arrived? No And that Jacobs bird over there was on station before I got here We'll talk with him in a moment Give us some time to look the place over Sure, take your time He's a sore-headed old son of a bitch anyway Freunde, das machen wir jetzt beim nächsten Mal Ich würde sagen, das war's Fürs erste mit L.A. Noire Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Freunde Lasst auch gerne ein Abo da Darüber würde ich mich echt riesig freuen Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Soccerboy, game over Ciao Ciao